Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Hast du jemals schon etwas von deinem ursprünglichen Namen gehört? Jenem Namen, den dir die Engel mit all deinen einzigartigen Facetten und Fähigkeiten geschenkt haben? Heute werde ich dir eine faszinierende Reise in die Welt deines Herkunftsnamens und der tiefen Bedeutung dahinter erzählen. Es ist eine Geschichte, die nicht nur unsere Neugier weckt, sondern auch unsere Herzen auf besondere Weise berührt. Ein Name, der nicht nur eine Identität, sondern auch eine Verbindung zu den himmlischen Sphären und deiner wahren Essenz trägt. Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir auf diese Reise der Entdeckung zu gehen, bei der wir die Geheimnisse deines Herkunftsnamens enthüllen und das Potenzial deiner Seele erkunden werden. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Heilmedium sowie Buchautorin. Doch heute möchte ich nicht nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen, sondern auch über die tiefgreifende Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich meinen Herkunftsnamen Nirjana erfuhr. Dieses Erlebnis hat mein Leben auf eine Weise verändert, die schwer in Worte zu fassen ist. Und aus diesem Grund möchte ich heute über die Bedeutung des Herkunftsnamens zu dir sprechen. Komme mit mir auf eine Reise, um die Geheimnisse deines eigenen Namens und deiner spirituellen Reise zu erkunden. Also lasst uns eintauchen in die faszinierende Welt unseres Herkunftsnamens. Jeder von uns trägt einen Namen, der mehr ist als nur eine Bezeichnung. Es ist ein Schlüssel zu unserer spirituellen Identität, zu den Energien, die uns formen und zu den Aufgaben, die wir auf dieser Erde haben. Die Vorstellung, dass Engel uns diesen Namen verleihen, der unsere Essenz widerspiegelt, ist einfach wunderbar. Dein Herkunftsname ist wie ein himmlisches Siegel, das seine tiefsten Sehnsüchte, Gaben und Potenziale enthüllt und dir sagt, wer du bist und was deine Aufgabe hier auf der Erde ist. Sobald du deinen Herkunftsnamen erhalten hast, hört die Suche auf, denn du bist zu Hause angekommen. Es ist faszinierend zu bedenken, dass der Herkunftsname so groß und umfassend ist, dass davon nur ein Bruchteil gechannelt werden kann, um es mit unserem begrenzten menschlichen Verstand zu erfassen. Diese Namen sind wie ein Ozean der Energie und Informationen, die sind so tief und weitreichend, dass sie unsere Vorstellungskraft übersteigen. Wenn wir uns auf die Reise machen, unseren Herkunftsnamen zu entdecken, erhalten wir nur einen kleinen Einblick in die unendliche Weisheit und Schönheit, die in ihm verborgen ist. Es ist, als ob wir einen Funken aus dem göttlichen Feuer erhalten, um unsere Seele zu erleuchten und unsere spirituellen Fähigkeiten zu entfalten. Obwohl wir nur einen Bruchteil erfassen können, ist dieser Funken dennoch ein kostbares Geschenk. Er führt uns auf unsere spirituellen Reise und eröffnet uns neue Horizonte des Verstehens und der Selbsterkenntnis. Es ist ein ständiger Prozess des Erforschens und Wachsens, während wir uns immer tiefer in die Geheimnisse unseres Herkunftsnamens hineinbegeben. Aber wie bekommt man diesen Namen nun? Und was macht ihn so besonders? Nun, das ist genau das, worüber wir heute sprechen werden. Dein Herkunftsname ist nicht nur ein Klang, sondern eine lebendige Energie, die dich in deiner spirituellen Entwicklung unterstützt. Die tiefe Verbindung zu diesem Namen kann deine Fähigkeiten aktivieren und deine spirituelle DNA entfalten lassen. Mit jedem Mal, wenn du ihn aussprichst oder darüber nachdenkst, kommst du deinem wahren Selbst einen Schritt näher. Ich selbst habe diese Reise gemacht und erfahren, wie mächtig und erhebend es ist, den Herkunftsnamen zu entdecken. Es hat mein Leben in vielerlei Hinsicht transformiert und ich teile diese Erfahrung heute mit dir, in der Hoffnung, dass sie auch dich inspirieren und berühren wird. So lass mich dir die einzelnen Triaden erklären, denn die Triaden sind Felder deiner Herkunft. Die erste Triade, auch als die Triade der reinen Geistwesen bekannt, ist eine faszinierende Ebene der spirituellen Hierarchie. Sie besteht aus den Engeln, die am mächtigsten und am nächsten dem göttlichen Gedankenfeld stehen und reine Energie- und Lichtwesen sind. Diese himmlischen Wesen sind von einer unvorstellbaren Reinheit und Schönheit, die schwer in Worte zu fassen ist. In der ersten Triade finden sich die Engel, die den Urklang des Universums in sich tragen. Sie sind Hüter des göttlichen Bewusstseins und dienen als Vermittler zwischen der Schöpfung und der Quelle allen Seins. Die Liebe, die sie ausstrahlen, ist so intensiv und rein, dass ein Mensch auf der Erde sie kaum ertragen könnte. Diese Liebe ist anders als die menschliche Liebe. Sie ist tief verbunden mit dem Feuer der Gottesliebe, dem göttlichen Feuer. Die Engel der ersten Triade sind Boten des Göttlichen und sie tragen die höchsten Schwingungen in sich. Sie sind wie strahlende Sterne am Himmel des spirituellen Universums und stehen in engen Kontakt mit dem Zentrum von allem, was ist. Ihre Aufgabe ist es, das Licht und die Liebe Gottes zu den anderen Triaden und in die Welt zu tragen. Wenn dein Name aus der ersten Triade stammt, kannst du ihn wie einen Hauch dieser göttlichen Liebe und Reinheit spüren. Sie wird dich inspirieren, deine spirituelle Reise zu vertiefen und dein eigenes Licht zu entfalten. Die erste Triade ist eine Quelle der Inspiration und der Erkenntnis und sie erinnert uns daran, dass wir alle Teil eines größeren göttlichen Plans sind. Die zweite Triade. Sie ist eine weitere faszinierende Ebene in der Hierarchie der Engel. Diese Triade wird oft als Hierarchie der Herrscher des Lebens bezeichnet, da sie eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung des Lebens auf der Erde spielt. In der zweiten Triade finden wir himmlische Wesen, die für das Gleichgewicht und die Ordnung in der Schöpfung verantwortlich sind. Die Engel der zweiten Triade sind die Wächter des Lebens. Sie sind eng mit den Prozessen der Manifestation und der Erhaltung von allem, was ist, verbunden. Diese Engel geben und nehmen Energie von den irdischen Schöpfungen, um sie in ihrer Vollkommenheit zu bewahren und wiederherzustellen. Sie sind Hüter der natürlichen Rhythmen und Zyklen, die das Leben auf der Erde prägen. Ein interessanter Aspekt der zweiten Triade ist, ihre Fähigkeit, energetische Ausgleiche herzustellen. Die Engel aus dieser Triade sorgen dafür, dass alles in Harmonie und Balance bleibt. Ihre tiefe Verbindung zum Leben und auf der Erde ermöglicht es ihnen, Energien zu lenken und zu transformieren, um die Schöpfung zu unterstützen. Wenn also jetzt dein Herkunftsname aus der zweiten Triade kommt, kannst du von ihrer stabilisierenden und heilenden Energie profitieren. Sie wird dich daran erinnern, wie wichtig es ist, im Einklang mit den natürlichen Kräften und Zyklen der Welt zu leben. Die zweite Triade lehrt uns, das Leben zu schätzen und zu ehren und erinnert uns an die Verantwortung, die wir für unseren Planeten und alle Lebewesen tragen. Die dritte Triade, auch als die Hierarchie der Verkündender oder himmlischen Boten bekannt, ist eine erhabene Ebene. Diese Triade besteht aus den Engeln der Fürstentümer, der Erzengeln und der Schutzengel. Sie erfüllen die wichtige Rolle als Vermittler zwischen der Göttlichkeit und den Menschen. Die Engel der dritten Triade sind Botschafter des Göttlichen und stehen in enger Verbindung mit den menschlichen Erfahrungen und Emotionen. Sie sind liebevolle Begleiter und Unterstützer auf unserer Reise auf der Erde. Ihre Aufgabe ist es, die Botschaften und das Licht der höheren Ebenen zu den Menschen zu bringen. Die Fürstentümer sind die ersten Engel in dieser Triade und haben die Verantwortung für die göttliche Ordnung und das spirituelle Wachstum der Nationen. Die Erzengel sind bekannt für ihre spezielle Rolle als Führer und Helfer der Menschheit. Sie stellen sich als Werkzeuge zur Verfügung, um die Schwingung und das Bewusstsein der Menschen zu erhöhen. Die Schutzengel schließlich sind individuelle Begleiter, die uns auf unserem Lebensweg führen und schützen. Die dritte Triade zeigt uns die bedingungslose Liebe und Unterstützung, die uns von dem himmlischen Wesen zuteil wird. Sie erinnert uns daran, dass wir nie alleine sind und dass wir in jedem Moment von liebevollen und weisen Wesen umgeben sind, die uns auf unserem spirituellen Pfad unterstützen. Wenn deine Herkunft aus der dritten Triade stammt, kannst du von ihrer Liebe, Weisheit und Führung profitieren. Sie ermutigen dich, deine spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln und dein Bewusstsein zu erweitern. Die Engel der dritten Triade erinnern uns daran, dass wir geliebt und geführt werden und sie laden uns ein, unsere Verbindung zu den himmlischen Kräften zu vertiefen. Und wenn du dich also entschlossen hast, deinen Herkunftsnamen zu erfahren, solltest du auch eine Einweihung vollziehen. Die Einweihung in den Herkunftsnamen ist ein spirituelles Ritual von sehr großer Bedeutung. Sie markiert den Moment, in dem man seinen ursprünglichen Namen, den die Engel für die eigene Seele ausgewählt haben, bewusst annimmt und sich mit ihm verbindet. Dieser Prozess ist oft von tiefer emotionaler und spiritueller Intensität geprägt und wird das Leben auf transformative Weise verändern und verschönern. Während der Einweihung in den Herkunftsnamen bildet sich eine tiefe Verbindung zur eigenen spirituellen Identität. Man erfährt, wie der Name das eigene Wesen widerspiegelt und die besonderen Gaben und Aufgaben werden bewusst durch die Engel unterstützt, welche dir deinen Namen gegeben haben. Es ist, als ob man einen Schlüssel zu den tiefsten Schichten des eigenen Selbst erhält. Die Einweihung in den Herkunftsnamen ermöglicht es einen, seine spirituellen Kräfte und Fähigkeiten zu aktivieren und tiefer in die eigene spirituelle Entwicklung einzutauchen. Sie erinnert daran, dass wir mehr sind als nur physischer Körper und hilft uns, uns unserer göttlichen Verbindung bewusst zu werden. Dazu wird auch deine DNA aktiviert, ausgedehnt und repariert. Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass sie sich auf ihre ursprüngliche Form hinzu entwickelt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Einweihung in den Herkunftsnamen eine persönliche Reise ist, die von Liebe, Hingabe und Respekt begleitet wird und sie kann dein zukünftiges Leben bereichern und dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für die eigene spirituelle Natur zu entwickeln. Sie ist ein großartiger Schritt zu deinem persönlichen Erwachen. Ich selbst habe das Glück gehabt, diese Erfahrung persönlich zu machen und ich durfte bereits vielen Menschen ihren Herkunftsnamen channeln. Dazu muss ich sagen, dass es nicht stimmt, dass es nur bestimmten Medien erlaubt wäre, den Herkunftsnamen zu channeln. Aber jedes Mal ist es ein wundervoller und tief berührender Prozess. Die Augenblicke, in denen man die Erkenntnis darüber erlebt, wer man wirklich ist und welche wundervolle Energien in seinem eigenen Herkunftsnamen schlummern, sind von einer unschätzbaren Tiefe. Es ist eine Ehre, Zeuge zu sein, wie Menschen ihre Herkunftsnamen erfahren und wie sich ihre Herzen und Seelen in diesem Moment öffnen. Jede einzelne Einweihung ist ein einzigartiges Erlebnis und trägt zur persönlichen Transformation und spirituellen Entfaltung bei. Es ist wie das Öffnen eines Schatzes, der in jedem von uns verborgen ist. Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und Freude, diese wunderbare Arbeit tun zu dürfen und Menschen auf ihrem Weg zur Entdeckung ihres wahren Selbst zu begleiten. Es ist eine Reise der Liebe, des Erwachens und der tiefen Verbindung mit den Engelssphären, die ich von Herzen teilen möchte. Und vielleicht hat dich dieser Podcast jetzt tief in deiner Seele berührt, dann darfst du deinen Herkunftsnamen von mir channeln lernen. Der Link ist unter diesem Video. Klicke einfach darauf und gehe deinen Weg. Auf jeden Fall lade ich dich herzlich dazu ein, diesen wunderbaren Weg der Entdeckung und Transformation gemeinsam mit mir fortzusetzen. Wenn dich dieses Thema berührt hast und du noch mehr Podcast von mir erhalten möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und teile ihn auch mit deinen Freunden und Liebsten und lasse uns zusammen auf dieser Reise der Erkenntnis und der spirituellen Entfaltung weitergehen. Möge das Licht deines Herkunftsnamens immer in dir leuchten und dich auf deinem Weg begleiten. Dies gebe ich allen mit, die ihren Herkunftsnamen bereits erhalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Monika Nirjana von Smarana Deine Monika Nirjana von Smarana